Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von RimWorld Ja, so da sind wir wieder zurück Huch, Glück, irgendwie ist das sehr lauter Spielen So, ähm, ja wir müssen Holz farmen Wir haben fast kein Holz mehr, 73 Aber das habe ich denen jetzt im Auftrag gegeben Vor allem das Silber Weiß ich schon relativ spät, also gehen jetzt eh gleich schlafen Hoffe ich Silber geht schlafen hoffentlich Ja, die genauen Schlafen, perfekt So Ich weiß ja nicht, warum gehen die eigentlich nicht? Na egal So, die beiden werden bald heiraten Silber und Steven Die werden bald heiraten Und Ja Das ist gut Zu heiraten Sehr vergnügt Okay Noch immer leichter Schmerz Na, was fickt's hier dann mit dem Körper? Rechter Fuß ist zwar eine Einfrierungsnarbe Äh, Schmerz plus 2% Denn Du können wir natürlich rechten Fuß Den kann man natürlich gerne operieren Wenn wir wollen Aber das ist im Moment halt nicht so nötig Wie sieht's mit Steven Ihn geht sehr gut Sehr niedrige Erwartungen Das ist natürlich sehr gut Der vergnügt fühl mich gut Der vergnügt fühl mich gut Ja, der ist happy Der ist happy Der ist happy Silber's Wicked Diver Ohne Tisch Fühle mich einsetzlich Und bisschen hungrig Er darf etwas essen Er hat nichts, Moon Hat stärkere Schmerzen Ähm Und zwar Ein Kopf und Schutznarbe Narbe Oberkörper Auch etwas Ja Kann man leider nicht wirklich erinnern Deshalb Ja Umregen und abschuldig umgeben Der hat nichts Okay, passt Ich bin doch nicht alle so relativ happy Deshalb Bin ich auch happy So Machen wir jetzt Platz Was kann ich hier geschehen Stammeskopftuch Stammeskleidung Waschenmesser Knüppel kurz mal Stammeskopftuch Aha Ne, ein Stammeskopftuch Machen wir mal Gut Fünfmal Schützig Naja Gut So Was wird hier gemacht Der Tal baut weiter Das ist sehr gut Der Tal baut und baut und baut Wir haben da Wir haben nur immer so wenig Holz Aber darum kümmert sich sich ja gerade Ist es mit Dinos bereit zum ernten? Das ist sehr gut Denn wir haben fast keine Heilwurzeln Ja Bräutermedizin Okay So Jetzt Nachdem das fertig ist Ja Hier ist eigentlich alles fertig Fast alles fertig Okay Noch ist nicht alles fertig Hier muss noch ein bisschen gebaut werden und man kümmert sich hoffentlich Tal Mit Stahlwand ab Naja Wir machen Okay Schaut den Wolkenzug Uh, der hat aber Freizeit Das darf er nämlich In der Freizeit Ähm Ich möchte ihn jetzt auch Dreckzack So Er macht das Aber Ich würde ja sagen Der hat Stahl Naja Jetzt hast du ja Stahl Okay So Kein Stahl Warum? Kein Stahl Das ist doch Stahl oder? Ja Aber nicht so ein Stahl den ich gerne hätte Deshalb Ah Abrissen Da guck mal Abressen 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 Das ist alles Stahl Den haben wir gebrauchen Bis auf Das hier Das hier Tal Hallo Tal 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 Du kannst Bitte das abbauen Priorisiere ich Gebrauchen Na nicht so Stehlampe In Stahl Na ach was du machst Welche Stehlampe? Achso da Überall Stehlampen Oh je Brauchen wir natürlich alle Stahl Ähm Moon ja den dreck das ist gut ok und du darfst wieder arbeiten und zwar in unbegrenzt und als beschränkungen die moon hast du der bergbord das ist gut passt dann wir müssen schauen dass wir wieder auf stahl treffen ok das sind immer nicht fertig leider deshalb weiß ich nicht genau tal zu stehen aber warum haben die priorität weil ich jetzt das gesetzte wahrscheinlich ich würde sagen ich tue einfach mal abbrechen 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 und jetzt zahlt und einfach mal zu ja lässt einfach die arbeit liegen warum nicht könntest ja mal bis zu lager zu ertragen kein stahl ach jetzt oder doch nicht ach so ein verarbeitet schon brav dann macht er genau das was ich machen möchte sobald man dadurch nämlich sobald man nämlich die 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 zellen hier haben lasse ich die kapseln hier frei wir brauchen dazu nämlich diese zellen und nun ja keine ahnung was hier drin ist wahrscheinlich hier wieder so ein komischer raum noch haben wir ja zeit abbauen und zieht das nun als abbauen damit die weiß dass das alles abgebaut werden muss wenn sie mal zeit hat und das wird dann später mal aufgemacht aber noch nicht jetzt wissen wie das enden könnte was die wenn ich schon fröhlich und munter und ist happy deshalb ist da etwas du doch meditieren nun gedacht gut schiefe ab perfekt nun geht gleich arbeiten da wir gehen auch alle arbeiten und halten ein bisschen holz der boden ist schon mal fertig das ist schon mal sehr gut dass der boden hier fertig ist bedeutet und also zwei ja die wenn die sind tragen und da und tal trägt den entwurf zur lüftung perfekt damit haben wir es fertig gefangene 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 und gefangene natürlich hier so ein krankenbett wird das draus gemacht dass diesen zwei okay damit würde ich auch sagen sind wir eigentlich schon fertig und können schon die ersten leute reinlassen also liebe leute ich würde sagen wir sammeln uns alle hier ich weiß nicht wie viele ich hier braucht ist ich jetzt aber hole ich einfach mal alle her bis auf die silberte kann bleiben einfach mal alle hier her sammeln sicher ist sicher hauptsache ich habe alle so perfekt gut da will ich mal sagen wird die geöffnet von den werten herren karl öffnen und los geht es dann kannst du mal irgendwann angreifen nun hilf mit und greif ihn an okay das ist sehr gefährlich schießen da war hoffentlich durch ihn beschießen nicht sterben nicht sterben leute ok da ist er bewusstlos ist bewusstlos passt tal kannst du hier schon mal angreifen im nahkampf angreifen im nahkampf angreifen da war du verschwindest kurz danach drüben steven du greifst beschießen fast tot hast bist bewusstlos bewusstlos haben hier schon mal zwei häftlinge das ist nämlich sehr gut da war du jetzt war das sehr gut steven immer mal mit immer mal mit bauteile sehr gut nun du kannst verschwinden gold das ist gut ruptige bauteile ist auch gut könnt ihr alle schön verschwindern das ist gut so tal du kümmerst dich darum und nimmst äh ihn fangen bitte äh da war du kümmerst dich ihn fangen eigentlich will ich kein betten im gefängnis muss wird die reichbote reserviert warum na gut du kannst du mal ausziehen ist doch da da und da genau ein tal kannst du dich jetzt um den kümmern fangen na bitte gut dann machst du das ähm steven du kannst wenn du willst begraben okay darfst du nicht egal dann kannst du wenn du willst das auch mal wegtragen oder keine ahnung egal macht was ihr wollt da war du gehst auf jeden fall und legst dich hin äh steven steven du bist nämlich arzt versorgt jonesen perfekt macht schon perfekt ähm bedürfnis erholung körper 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 auch ganz schön viel linkes bein schuss ok in 16 stunden wieder tot sein deshalb wird er einmal behandelt und er wird operiert nämlich sein linkes bein wird einmal operiert schuss hat es nämlich das sorgt dafür dass es blutet das ist nämlich nicht gut also noch mal welche sind linkes bein sind linkes bein implantiere holzbein linkes bein wird nämlich so gut wie möglich bald durchgeführt und er sich nämlich darum und die operation wenn es überlebt tal darf das dritte stand schon begraben wer ist hier noch neu denn nicht okay wer ist noch arzt ich glaube moon oder moon ist hier auch noch gut in medizin perfekt dann kommst du mit nun nun du bist dafür heute freigestellt okay bist du schon aber trotzdem nun komm her kümmerst dich bitte darum ihn zu behandeln steven behandelt nämlich auch schon geleitet ist gut so steven kümmert sich schon mal darum und hier wird auch gleich bardschiefe ab hier priorisieren tal begriff totten menschen und da war es hier unten steven kümmert sich mal um den und johnson johnson wird hoffentlich noch nicht sterben ok keine unmittelbare gefahr trotzdem wird er nämlich operiert in 16 stunden aber darum kümmert sich jetzt gerade erst so gut dann wird er mal operiert reinigt blut erst und dann wird er operiert hoffen meine alles geht gut notop wird durchgeführt wie geht es ihr jetzt schon viel da geht es hier links linkes bein prellung haben wir hier nur einen bruch haben wir beim linken schienbein einen bruch den könnte man natürlich das könnte man natürlich dann neu machen deshalb setzen wir hier ein linkes bein setzen wir nämlich auch hier hin als operationsplan und steven kümmert sich mal um die operation des patienten hoffen wir mal alles geht gut wird er nicht eigentlich ach egal wird schon passen würde er sagen gehört zuerst vielleicht irgendwie ja ach egal jetzt würde ich mal kurz ums tragen ums tragen gehört nämlich auch die zone dazu total du bist denn hier unbegrenzt oder ja oder sagen wenn im mental der soll bitte priorisieren das zu tragen hat's funktioniert perfekt denkt es war ein holzbein er ist betäubt das ist gut damit geht es ihn eigentlich schon wieder gut perfekt ihn geht er schon wieder besser so tragen bitte priorisieren so jetzt haben wir schon zweck gefangen das ist sehr gut so wie geht es das silver entfernt effekt steven trägt die sachen genau und da war ruht sich aus aber da wird dann sterbe oder 8,4 stunden da müsste ich sofort immer darum kümmern steven 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 würden steven sind tragen drin danach kommt steven egal ob es den unbegrenzt dann darfst du dahin behandeln zuerst reinigen blut und dann behandeln das bitte sondern bitte behandeln was sagt da war hoffentlich geht ihr wieder gut wird sie sterben oder nicht steht nicht da aber sie kurz dann in der operation vom linken bein und das kann man hier eigentlich immer gut versorgen würde ich sagen okay nun macht schon die operation ihnen geht es schon mal wieder besser wenn er ein holzbein drin dann hat natürlich auch gut steven kümmert sich um der diver der wird hoffentlich hätten es nicht sterben rechte schweiche schuss er wird aber nicht sterben perfekt ok mir geht es eigentlich nun nun füttert es ist gut bringen die hier mal alle essen zurück zur baggerzone nun können sich dann auch bald wieder ums putzen ein bisschen kümmern weil naja nicht so schön aus das haben wir die gebiete nicht da oben auch könnte sich dann da rum entfernt ihr mal ein bisschen den dreck es ist echt viel dreck nämlich äh tarl ist brav und trägt eigentlich die sachen weg aber darf sich dann hier hinlegen wie der askerot ist genau silvia ist auch brav und arbeitet noch immer ich würde eigentlich sagen dass sie bebracht gar nicht so viel arbeiten mehr wir haben vorerst wieder was deshalb will sie waldarbeit auf 2 legen dann kann sie auch morgen schon essen gut ihnen geht's cold hoffen wir mal bedürfnis eigentlich gut rechte schmerzen aber die gehen schon weg ich kann nur sagen machen die gehen bald weg okay so sozial gefängnis als schuldig als schuldig angesehen schwierigkeit der anwerbung der an 30 prozent kommt essen ja natürlich keine detektion ich würde mal schon anwerben lassen anwerben so und sie hier sie hat dabei noch nicht dass sie sie noch nicht so ganz ganz naja eben wichtig da deshalb das ist sie noch so wer ist gutes sozial der diver naja steven oder dabei wird sagen steven steven ist gut darin deshalb wird auch dass die wenn unser aufseher sein machen wir sind da steven okay steven hat sogar schon das aufsehen hier dann kriegt er hier das 1 aufsehen zählen hier alles gefangene freilassen gefangene versorgen gefangen reden oh nein da wollte ich eigentlich nicht zuck zuck nein so äh da war oh nein steven steven haben wir gesagt genau ich bin auf platz eins ein verrücktes tier was ist denn jetzt schon wieder los aha wütend naja dann sei ruhig wütend kannst du ruhig wütend sein wenn du Lust hast ok wir fehlen hier welche ach so gut die schlinge oben ist ab so gut ich lasse noch alle behandlung benötigt der diver ja klar was macht total schön aber das ist eigentlich nicht sein job obwohl naja halt schon aber leg dich wieder wieder hin bis du schläfst äh bis du gesund bist wollen hier keine kranken leute haben diskutiert diskutiert what ist der exekutieren heißt doch exekutieren es sind das noch mal exekutieren äh exekutieren äh exekutieren äh äh was ist denn das noch mal oh ich will ihn nicht töten ähm ste- ste- äh s- s- steven wieso exekutieren exekutieren äh habe ich das ausgewählt ne aber ach so exekutieren ach so weil er nicht mehr krank ist wieder drüber gebracht stimmt ja ah ich dachte exekutieren heißt doch heißt doch äh heißt doch irgendwie weiß ich nicht töten oder so besser war ich mein jetzt nicht ganz so sicher er so exekutieren irgendwie hinrichten oder so hieß es nicht mal ach egal was ist das da die erwelle ein well ein weg wer äh was ok was ist das ein waschbein tot steven kümmert sich schon mal drum perfekt ich hoffe steven kümmert sich jetzt auch um ihn weil naja gut kann ich den rechten arm umtauschen wenn man nur einen lungenflügel entfernt heißt das nicht dass er stirbt nur wenn man das Herz entnimmt aber sonst heißt das eigentlich nichts oder immer mal und er hat eh nichts hier ok leber euren leber leber hat den stich wenn ich den nimmt die leber ich finde körperteil entnehmen niere oder lunge naja gut so was tun kann man sich mal drum und er hat sich wieder erholt gut dann machen wir hier brav weiter und mun das macht mun entfernt blut sehr gut sehr gut mun kümmert sich wieder um den putz hausputz ein bisschen steven trägt brav das ganze holz das ist gut silvia trägt auch das holz das ist auch gut und diver ruht sich noch immer aus mun tun putzt und sie tragen ach brav brav tragen wir alles zur lagerzone perfekt so was sonst 22 grad innert 17 grad warum die klimalage kann man schon langsam ausschalten jetzt über 22 grad weil die so das hat erhitzt auf 22 das ist gut die man versuchte zu rekrutieren also nicht klappt man schon beim ersten mal was passiert dann wenn sie sich da rein legt oh ich vergiss nicht mun hallo äh ups äh mun 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 und äh man mach mal steven bitte ich will mun wieder haben gut dann machen die mal alles da aber strom haben wir genug da haben wir gar kein problem mehr mit strom ich würde sagen silvia ich würde sagen silvia sagst du silvia direkt san schon okay ich könnte sicher bald jemand mal darum kümmern ähm ähm äh können wir noch einen steven setzen vielleicht ja jetzt setzen wir einen steven hin nun dann können die ja schon mal ein bisschen was machen so gut ich würde ja nur sagen nehmen wir hier den zum jagen der darf gejagt werden diese tiere da können wir gerne töten und ich würde auch das silva jetzt sagen sie kocht nicht eine einfache mahlzeit sie kocht eine leckere mahlzeit würde ich mal würde ich sagen dann hat das priorität leckere mahlzeit und das sollte natürlich für immer machen also das wonach sie hat lust hat und machen kann sie können einfach machen oder ich stoppe mal das können sie auch schon eine leckere mahlzeit machen okay geht nicht noch nicht okay dann lasse ich das mal daher geht es gut ich hoffe ja da war dem komm auch nicht behandeln also wird schon alles passen eine rippe ist zwar zertrümmert aber ach das klappt schon weil da geht es glaube ich auch gut ach das ist schon auch verletzte da natürlich dann auch bald getötet werden sobald die meine möglichkeit ergibt also steven du weißt du was zu tun ist wird eigentlich auch da oben so viel heilmittel sind betet okay ich muss noch schauen ob wir hast die pfeln nicht die jagen genau also daher weiß dafür zu schön ich dachte immer steven naja da kommt steven ist ein superkerl darf auch jagen gehen lust hat oder da war sie schon vollständig erholt er ist zum normalzeit und ruht sich noch aus perfekt steven betet noch einmal die tiere schlafen alle sind happy ich kümmere mich die ich kümmere mich gar nicht um die tiere merken nicht wirklich dass die was brauchen deshalb ist es mir irgendwie auch nicht so wichtig wieder machen einschläfern betäubeln tut sich aber ok silva ist schon munter warum kann sie nicht schlafen ja ich werde mal ihren rechten fuß bald ändern also beendern operieren würde ich mal machen dann kann ich mir nicht schlafen oder wir haben fast kein essen mehr deshalb wird sie dann auch bald hier wieder weiter kochen ruht sich raus ok sie konnte anscheinend nicht so gut schlafen egal aber ich würde jetzt auch sagen das was mit der heutigen folge was macht der aber hier hinten ich würde sagen dass das mit der heutigen folge dankeschön fürs zusehen wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder dankeschön und bis zum nächsten mal tschüss und bis zum nächsten mal